Hallo Leute, ich bin der Keesboy und heute mit dem Sprechers Lieben Machen, hallo Machen Kahn und Leute, heute machen wir das Omi-Ritual Es kam schon ein Walnuss-Kellings und das war die längste Mein längstes Video auf diesem Kanal, Leute Gingen so 7 Minuten, Leute Walnuss-Kellings, Leute, könnt ihr auf jeden Fall schon mal reinziehen Heute machen wir das Omi-Ritual Das Omi-Ritual funktioniert so, Leute Und keine Angst, meine Schwester wird morgen gleich Royal aufnehmen, ne? Und dann wird sie mal Dann machen wir wieder ein Video davon, Leute Das Omi-Ritual funktioniert so Man muss sich umdrehen und dann ist dein Partner verschwunden Also man braucht ein Partner und ein Zimmer und eine Kamera mehr nicht Leute Und man muss sich wegdrehen und dann sagen Omi, tauch auf, dreimal Und dann ist der Partner verschwunden Falls das nicht sein sollte, dann musst du richtig schnell schlafen gehen, Leute Falls du das nicht tun solltest, weißt du sterben Okay, Leute, wir gehen einfach mal Aber wenn die Person verschwindet, dann muss ich sie suchen Okay, machen Ich mach die Augen zu einfach Ich auch Nein, nein, du nicht Du bist gleich verschwunden Omi, tauch auf Nein, nein, du nicht Ich mach die Augen zu einfach Ja, mach diegeln Ich nehm nur ein Video auf Sö Leute, und das Omi-Ritual funktioniert so Da ist meine Mutter nur ganz kurz gekommen Und Leute Ja Und der Partner Soll dann weggehen Leute Und dann gehen wir einfach mal Ummittag auf 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 Gucken wir mal Muss ich verschwinden sein Leute Meine Schwester ist da Gut Dann muss ich mich schnell viel schlafen Geben Sie mir gefallen Dann sage ich mir mal Bis zum nächsten Video Peace Heute kommen Morgen kommen Drei Videos oder zwei Videos Leute Peace